Oh, bitte! Bitte geh ran! Digga, ich ruf jetzt bei dem scheiß Laden an, Alter. Die sollen sich mal raffen. Digga, so ein Abfuck-Chat, ich schwör's euch. Digga, 3 von 5 Sternen wundert mich extrem. Hi, grüß dich, ich hab Essen bestellt und der Lieferant findet irgendwie meine Etage nicht. Ich hab Essen bestellt vor einer Stunde und der Lieferant findet irgendwie meine Etage nicht. Okay, er hat sie anscheinend gefunden. Alles klar, perfekt, bis später. Jo! Digga, er hat die Tür! Er hat die Tür! Er hat sie! Let's go! Boom, dude, er hat die Tür gefunden. Ich fass es nicht, Digga. Okay, Männer, der Typ sah aus. Also, entweder ich krieg jetzt mein Essen oder einen Stich im Magen. Das sind die 2 Szenarien, die ich jetzt hier für sinnvoll halte. Ey, falls es das zweite ist, Jungs, dann... Ey, wann hab ich gefreut, euch kennst du denn an, Jungs? Streaming war fun. Und, äh, ja. Schauen einfach Basti oder so dann. Just. Ciao. Jups! Ich bin nicht gestorben und ich hab das Essen. Let's go, dude! Hmmm! Ich bin nicht gestorben. Vielen Dank.